Hans-Juli Vogt und ich kennen uns bereits seit vielen Jahren und seit langer Zeit arbeiten wir wissenschaftlich zusammen. Beispielsweise sind wir regelmässig an juristischen Fachtagigen tätig, beide als Referenten, sei es im Inland oder im Ausland. Wir sind ja auch im gleichen Themagebiet, also Aktienracht und Wirtschaftsracht aktiv. Ich glaube, wir können sagen, dass wir uns beide als Kollegen sehr, sehr schätzen. Wir wissen auch voneinander, dass wir beide geradlinig und zuverlässig sind. Das hilft natürlich. Ich bin auch der Meinung, dass es gut wäre, wenn endlich wieder mal einen sehr, sehr guten Wirtschaftsgericht in Bayern einsetzen würde. Das würde im Parlament und auch in der Schweiz gut tun. Und in diesem Fall kann ich nur sagen, toi toi toi, lieber Hans-Juli. Goal Hans-Juli